Hätten wir denn Weihnachten lieber zuhause verbringen sollen, Felix? Ab nächsten Herbst bist du in Hamburg. Ich bin nicht in Hamburg. Dann? Nicht Hamburg. Dann schenke ich auch immer ein bisschen vom Studienfach ab, mein Mann. Bei mir, Rechtswissenschaften, sind super Leute. Ich geh zur Bundeswehr und lass mich erschießen. Auf jeden Fall haben wir uns gemeinsam entschieden für die Reise. Ja. Echt normal, komm. Leute, Leute. Oh, Entschuldigung, ich bin sorry, wir haben nur gegründet. Jetzt mach doch mal ein Foto. Wissiger Katastrophentourismus. Ernst? Ernst? Ernst, Ernst? Ernst, Ernst? Ich genüge dir nicht mehr, was? Ich beziehe doch nicht immer alles auf dich. Ich beziehe das nicht auf mich, du. Ich beziehe das auf dein Menschenbild, was du deinen Söhnen vermittelst. Frauen sind zum Kaufen da, oder? Man vögelt sich am besten gleich, ja, auf der Stelle. Am besten in fernen Ländern, klar, sind sie ja auch billiger. Dann schnappt man sich hier so eine 17-Jährige und dann geht's um Rumpfstippung. Sorry. Abgesehen davon, dass man zu Hause vielleicht nur eine Frau hat, die auf einen wartet, könnte es ja sein, oder? Ich habe ihn nur gefragt, kann man sie nachdenken?